so ihr süßen hallöchen probieren und damit herzlich willkommen zurück zu let's play horizon bitten west ja ich hab noch einiges zu tun so und dementsprechend geht es natürlich auch weiter ist heute ein wenig früh bei mir dementsprechend muss ich dann nochmal gucken ich werde versuchen vorbeizuschauen war natürlich doof haben die auf einmal hier war so viel ruhe au man muss es immer übertreiben das es ist es ist es ist es ist es ist es ist Na komm her. Ich muss gleich mal den links muss ein bisschen runter schreien. Halt! 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 Wird auf. Alter Schwede ich hab so das Gefühl ist ein bisschen laut so das Problem ist natürlich ich kann das gar nicht nachvollziehen dass es für Stess ja wird schon passen ich will nämlich nicht dass es für euch zu leise wird nur weil ich irgendwie mir gerade die Ohren absterben ich hätte gern für den Scharfschussbogen auch so ein Skill ein 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 Wo schießt du denn hin, Eloy? Einen Säure-Hopper. Ja. Also, Einfallsreichtum haben sie. Auf jeden Fall. Das will ich nicht... ...kleinreden. Irgendwann brauche ich die. Das stimmt. So, was ist denn da oben? Da gibt's doch bestimmt auch irgendwas Schönes, oder? Ne, sieht einfach nur aus wie ein bisschen Dekoration in der Landschaft. Geschlossen. Ne, dann geh ich hier weiter. So, ja. Müssen wir mal gucken. Ich bin jetzt ein paar Sachen zeitgleich am machen. Dementsprechend mal schauen. So, es ist ganz gut, dass ich pro Blume zwei von diesen Dingern jetzt kriege. Da brauche ich nicht ganz so viel. Äh, ansonsten muss ich mal gucken, ähm... Müssen wir mal schauen, wie ich das in Zukunft mache. Ich glaube, es ist gar nicht mal so verkehrt, wenn ich mir jetzt... ...vielleicht Ende des Jahres mal einen neuen Rechner holen... ...sollte. Da mal ein bisschen drauf zu achten, dass ich vielleicht ein paar Sachen outsource. Ich könnte eigentlich meinen Laptop nehmen, um die Sachen abzuladen. Dann hat mein Rechner selbst weniger zu tun. Während ich aufnehme. Auf der anderen Seite, mein Rechner macht sowieso gar nichts. Weil, wie gesagt... ...das ja die Playstation ist. Na, dann hau mal raus. Du bist im Tiefland sehr bekannt, Ostländerin. Du hast unseren Marschallern und unserem Häuptling geholfen. Ich bin dir dankbar. Ich sag dir mal was. Ich teile mit dir, was ich höre und was ich weiß. So rennst du nicht unwissend durch die Gegend. Ich sollte dir sagen... ...ich habe Berichte von einem Rebellenangriff... ...an der Westküste gehört. Wenn du dem Häuptling immer noch mit dem Abschaum hilfst... ...solltest du drüben in Flutspitze mit Kragella reden. Wenn ich dort hinkomme, will ich sehen, was ich tun kann. Das ist doch super. 32. Ich habe keine Fähigkeiten. Ne, ich bleibe erst mal... ...ich habe das Gefühl, dass ich zu... ...dass ich trotz allem zu Dingsbums bin. Vielleicht ein bisschen zu overleveled. Dementsprechend muss ich mal gucken. Tieflandfahrt. Das ist schon mal soweit okay. Also von der Vegetation her waren die Spiele schon immer... ...Bombe. Grafisch natürlich auch wunderschön. Hey Jungs. Und Mädels, Entschuldigung. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Okay. So. Trotz alledem hat mir das Herstellen, Sammeln... ...und das Kampfsystem vom Einser wesentlich besser gefallen. Hier kann ich auch noch nichts machen. Hier fehlt mir noch Ausrüstung. Sowas hasse ich. Sowas mag ich wirklich nicht. Hat doch eben irgendwo blau geleuchtet. Oh, da. Waschwasser-Munition wird die Sache veranfacht. Ich habe auch das Gefühl, dass durch die... Okay. ...im ersten Teil sind die... ...habe ich das Gefühl... ...waren die Teile... ...wesentlich stärker markiert. ...wesentlich stärker markiert. So. ...wesentlich stärker markiert. lassen. Ich weiß halt nicht, für was ich die brauche. Muss ich nur gucken, dass ich jetzt nicht ständig einfach dem Ziel hinterher renne, sondern vielleicht auch meiner Markierung. Dann komme ich natürlich auch Stück für Stück meinem Ziel ein bisschen näher kommen. Eine Uhrzeit wäre cool, aber eigentlich scheint es Mittag zu sein, weil die Sonne am Horizont steht. Also nicht am Horizont, sondern am hohen Punkt. Natürlich kann ich nichts herstellen. Ich mache hier mal eine Schnellreise. So, wo will ich denn als nächstes hin? Versuche ich es mal hier. Da kann ich nämlich einfach in diese Richtung gehen und die ein oder anderen Lagerfeuer mitnehmen. Ich weiß, ich könnte jetzt Reitmaschine rufen und wesentlich schneller durchrennen. Das würde wahrscheinlich auch einiges an Zeit wesentlich vereinfachen. Aber Okay, dann Plan B. Diese Tenak-Soldaten greifen die Rebellen an. Ich wette, sie könnten Hilfe gebrauchen. Warum hat der jetzt nicht getroffen? Oh, der hat gesessen. Also die Augen waren mal einfacher zu treffen. Hm. Oh, der hat sich in der Nähe. 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 Ich habe keine Ahnung, warum die da kämpfen. Beziehungsweise, Entschuldigung. Das ist aber viel. Ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist. Warum der jetzt die ganze Zeit da stand. Das stimmt. Hey, Boys. Das lief unerwartet. Ja. Klar. Ich wusste, meine Augen täuschen mich nicht. Du bist Aloy, Hecaros Streiterin. Ich bin Gartag, Anführerin des Fuchstrupps für den Tiefland-Clan. Entschuldige, dass wir so plötzlich aufgetaucht sind. Ihr wart aber gut vorbereitet. Tiefländer wissen, wie man das Überraschungsmoment für sich nutzt. Das macht uns erfolgreich. Willst du Marschstieg zurückerobern? Marschstieg? Ein Tieflanddorf südwestlich von hier. Die Rebellen haben es eingenommen. Ich dachte, der Häuptling hätte dich geschickt. Tut mir leid, ich bin nur auf der Durchreise. Mein Trupp versucht sie von der Versorgung abzuschneiden. Aber irgendwann werden wir das Dorf direkt angreifen müssen. Wir könnten dich gut gebrauchen. Wenn ich in der Gegend bin, geht das vielleicht. Mögen die Zehn dafür sorgen. Aber bevor du gehst... Häuptling Hecaro würde es bestimmt nicht gefallen, wenn sein Clan dir nicht für den Kampf gegen Regala dankt. Danke. Möge unser nächstes Treffen siegreich sein. Na dann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den killen soll oder nicht. Super. Ich hoffe nur, da komme ich hoch. Ah, das endet mich so ein bisschen an Shadow of the Tomb Raider. Da hat man ja auch dieses... Dingsbums gehabt. Dieses Gesammel. Beziehungsweise diese getarnten Wände. War cool. War cool. Hier ist auch eine Maschine. Na gut, aber Rotauge war jetzt nicht unbedingt... Super. Naja. Ja. Wie man am Speichern wahrscheinlich... Na, ich glaube ich mache nur schnell Speichern. Nämlich relativ früh. Dementsprechend. Das sieht doch auch wieder so ein bisschen nach Hinterhalt aus. Ich traue dem Ganzen hier nicht. Das sieht so nach Kampf-Arena aus. Das Lagerfeuer habe ich entdeckt. Das nicht. Das Lagerfeuer habe ich entdeckt. Das nicht. jetzt habe ich es entdeckt okay ich nehme an so 30 bis 40 schritte ich verstehe das lagerfeuer ja kommt das nehme ich noch mit das stimmt das habe ich jetzt auch entdeckt super wenn ich noch mal mit denen sprechen vielleicht kann ich ja wieder ein gerücht oder so hören ich bleibe aber erst mal bei meinem eine ehre streiterin ich bin nacko warst du schon mal draußen im tal der gefallenen ich glaube nicht warum das gibt es dort mein dummer kleiner bruder das tage ist der hunger aber ich will halt nicht essen aktuell doch es ist seit monaten geschlossen es muss ja heute ist es ja schon zwei uhr ich habe irgendwie sehr früh eingeschlafen und sehr früh aufgestanden doch dax rücksichtslos und dementsprechend geht dann ja knapp drei stunden drei vier also um sechs uhr muss ich spätestens los ich habe mich auch komplett fertig gemacht ich muss halt um sechs zuerst groß heute gibt es halt leckeres warmes frühstück wo ist dieses teil südlich von hier richtung küste guck nach dem kletterpfad bei den klippen er markiert den beginn des tals wenn du meinen bruder siehst gib ihm einen tritt dafür dass er mir sorgen macht nachwürdige lichter an der küste das kann nichts gutes sein ich sollte mir das anbauen wenn ich dort bin ja das solltest du das machen wir auch ich bin halt im überlegen ob ich das nicht jetzt eher machen soll weil es näher ist ist aber auch schöner auch wieder uppige und schöne vegetation ausruhen brauche ich mich jetzt eigentlich eigentlich eher weniger die frage ist jetzt was mache ich ich meine es liegt beides auf der ecke liegt theoretisch beides ich könnte jetzt hier lang gehen hier lang und das lager klatschen ich glaube das werde ich auch tun gebe ich dir vollkommen recht vor allem bei diesen landschaften hier ich weiß nur nicht ob das so eine gute idee ist ich weiß nicht ob man offiziell hier so hoch kommt aber es hat mir meinen weg gut vereinfacht ich will am lagerfeuer speichern und dann mal gucken ob ich beim donner ob ich gegen den donner kiefer ankomme das mache ich aber glaube ich erst beim nächsten part ich will die parts jetzt auch nicht mehr so lange machen also dann leute macht's gut tschüss ich will die Vielen Dank.